Finde ich jetzt dumm, dass die mich so überrennen. Und dann wählen wir hier noch aus. Zehn. Ich hab... Nahrung fehlt mir. Mist. Hatte ich keinen Platz mehr. Da haben anscheinend bloß sechs Leute Platz. Naja, dann weiterentwickeln. Kann ich auch noch nicht. Dann pflügt ihr halt noch die Bären hier. Ist auch nicht schlecht. Bilde ich jetzt noch so einen aus. Dann haben wir auch zehn. Und dann noch von den Rodeleros. 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 Ja, endlich. Lasst halt meine Bürger in Ruhe. Äh, Siedler. Ich blick ins echt nicht. Gut gemacht. Hä, echt gut gemacht. Jo. Hey, der hat mehr Leben als unser Morgen. Was macht der? Ja. Ziele. Äh, ja. Zerstören sie alle Waffenlager der Osmanen. Machen wir. Ja, aber natürlich brauchen wir dafür erstmal Einheiten. Und die brauchen Nahrung. Ja, und du brauchst noch eine Mühle dahin. Ja, toll. Ich hab natürlich nicht genügend Holz. Schau. Wie kann du das? Amatik schon. Wie kann du das? Schon. Ja, läuft gerade alles. Genial ist. Also, naja. Mehr oder weniger. Könnte ich sogar so ein Wal da hinbauen, aber das bringt ja auch nichts. Nicht viel. Nein, das lass ich mal. Ihr geht dafür mal hier hinten hin und hackt dort. Das weg. Und die Türme, da bilde ich auch. Ah, da ist nur der eine kaputt. Auch toll. Noch ein paar von denen. Und hier noch Ringschleuderer. Ein paar. Jetzt können wir so eine Mühle bauen, endlich. Noch eine zweite. Und noch ein Haus. Kommt dahin. Und noch ein Siedler. Halt, den lass ich erst mal. Dann baue ich hier noch so einen. Oder bild noch einen aus. So viel wie noch geht. Komm, einer geht noch. Nein, geht natürlich nicht. Ja, dann mach ich jetzt so einen Siedler. Wie viele sind hier? Sieben. Da geht noch einer. Ja. 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 Sammler, maximal zehn. Dann gehen da noch zwei. Ja. So macht die da nichts. Vorhin gingen ja nicht so viele. Ready? Aber jetzt. Ja, dann passt's ja. Wenn da zehn sind. Ja. Ja. Und dann bilde ich noch zwei aus. Komm schon. Ich meine so. Wir brauchen nämlich viel Nahrung. Von der Mini kann auch noch... Wie viel kann man da arbeiten lassen? Richtig viele. Da geht auch noch einer dahin. Von denen auch noch einer dahin. Genau wie der. Weil an Gold mangelt es uns im Moment nicht. Noch einer. Das wäre mal in diesen Armee. Da arbeiten jetzt... Vier. Was können wir hier weiterentwickeln? Kunstdünger. Sammeln Nahrung in Mühle noch schneller. Ja. Ist gut. Ja. Was haben wir hier noch? Ähm. Ringschleiter. Könnte ich eigentlich... Noch fünf machen, ja. Gut. Da arbeiten fünf. Da arbeiten immer noch zehn, hoffe ich. Ja. Dann kann der Holzhacker... Auch noch da arbeiten. Das sind dann fünf, sechs, sieben, acht. Acht. Dann fehlt noch einer. Woher bekomme ich den? Den nehme ich auch noch von den Holzhackern. Dann habe ich auch hier die voll, die Mühle. Baumfälle. Kann man auch sagen. Einer noch. Oder? Kommt da noch einer? Jetzt sind es acht. Kommandement. Tillier. Dann fehlt noch einer. Nimm ich die. Tillier. Wunderbar. Jetzt haben wir ordentlich Nahrung. Dann pülle ich noch aus. Armrustschützen. Nicht genügend Holz. Und... Rotor... Rotoreros. Schwieriger Name. Schwertkämpfer nenne ich die jetzt einfach. Unsere Armee wächst und wächst. Was macht der? Der... Die dringen bis zu uns schon vor. Da liegt ein Schatz. Den können wir auch nehmen. Die dringen bis zu uns schon vor. Brauche ich allerdings einen Siedler. Wieso bin ich eigentlich jetzt nicht da? Das war geniales Timing. Ready. Avance. Ihr haut da sofort ab. Ich weiß nicht, wie wir folgen. Aber jetzt sind mein ganzes Lager durch, weil die so dumm sind. Mann. Wieso gehen die genau auf meine Siedler? Die sind doch nicht so dumm, wie ich dachte. Aber die müssen dumm sein. Powerschlag. Ja. Schön. Sind wieder einige Siedler gestorben. Das ist die Minion besetzt. Toll. Können wir jetzt doch eventuell, wenn es uns gestattet wird, hier mal plündern. Ah, dann brauche ich den gar nicht. Doch. Nimm ich einfach. Nimm ich einfach. Jetzt neue Einheiten. Schwertkämpfer. Schwertkämpfer. Ja, dann noch Armbrust schützen. Und hier auch noch ein paar Armbrust schützen. Einige Schätze in diesem Gebiet werden bewacht. Wir müssen die Wachen ausschalten, um sie zu erbeuten. Das weiß ich. Ziele. Äh. Den Schatz in der Nähe bergen. 300 EP. Ja, den habe ich ja schon fast. Gebäude. Gut gemacht. Achtzig. Gut, achtzig Goldmünzen. Wohin geht ihr? Ich sollte nicht da hin. Haben wir auch noch einen Schatz? Könnte ich auch bergen. ? Eller lasst es? Ja, der wäre auch nicht dran. We frequency die Niche girl an zu erINA. Wenn ich dritte, Es ist es halt so als Math her...